Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch, Bewusstleben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute soll es um das Thema spirituelle Krise, spirituelle Krisen gehen. Das ist das Thema für die heutige Episode. Und ich befinde mich gerade eben in einer solchen Krise, in einer solchen Lebensphase. Und normalerweise mache ich das nicht, dass ich in einer solchen Phase zu einem Thema spreche, sondern eher, wenn ich es dann durchstanden habe oder wenn ich es erfahren habe oder wenn ich meine Lektion daraus ziehen konnte, analysieren konnte, was habe ich gelernt, was habe ich erfahren. Aber dieses Mal habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte jetzt direkt darüber sprechen. Und dann ist das so. Dann soll das so sein. Also da kann ich auf jeden Fall auf mein Gefühl vertrauen. Ich hatte auch schon vorher mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe schon ganz viel dazu gelesen. Ich habe auch jede Menge Buchempfehlungen, die ich in der Infobox verlinken werde. Und jetzt ist es einfach gerade eben dran. Ich habe auch nochmal in mein Tagebuch reingeschaut, mal geguckt, was ich da so aufgeschrieben habe. Und ich hole mal hier den Zettel raus. Da habe ich nämlich aufgeschrieben, ich bin aktuell der dünnhäutigste Mensch ever. Ich bin so super empfindlich, kann nichts ab, ich kann nichts ertragen. Also so fühlt sich das aktuell an. Es ist jeden Tag auch ein bisschen anders. Aber es ist einfach eine Krisensituation. Und oftmals so eine Krise, spirituelle Krise, das ist ein Begriff, den vielleicht auch nicht so viele Menschen gehört haben oder der ihnen auch nicht so geläufig ist. Das ist vielleicht so eine emotionale oder mentale Krise eher noch geläufig ist oder bekannt ist. Und dann so spirituelle Krise, was soll das eigentlich sein? Dazu werden wir oder werde ich auch gleich nochmal einige Informationen mit dir teilen und das Thema weiter aufdröseln. Mir ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, was ist das Ziel dieser Episode? Und für mich ist das Ziel, das Phänomen der spirituellen Krise besser greifen zu können. Ich biete hier keine Lösungs- oder Handlungsimpulse. Dann vielleicht in einer späteren Episode, wenn ich das Ganze durchstanden habe, meine Lektionen daraus ziehen konnte, meine Analysen machen konnte. Aber es geht einfach darum, das Ganze besser zu verstehen. Und da will ich direkt einsteigen mit der Frage, was ist eine spirituelle Krise, was ich darauf näher eingehen möchte. Was ich dazugeben möchte, die Informationen, die ich teile, sind aus einem bestimmten Buch und zwar aus dem englischen Buch Working with Spiritual Struggles in Psychotherapy und zwar von Kenneth Pargament, PhD und Julie Exline, Exline, PhD. Ich verlinke das einfach mal in der Shownote. Weiß ich nicht, wie man das ausspricht, aber das sind auf jeden Fall WissenschaftlerInnen. Also sie haben sich wissenschaftlich aus einer psychologischen Perspektive mit dem Thema beschäftigt. Und es ist, wie gesagt, ein wissenschaftliches Buch, ein dickes wissenschaftliches Buch. Es sind super viele Erkenntnisse dabei, sehr viele Theorien, Thesen, Forschungsergebnisse etc. liest sich jetzt nicht so leicht wie etwas populärwissenschaftliches oder leicht geschriebene Selbsthilfe-Sachbücher. Deswegen möchte ich einfach so die wichtigsten Erkenntnisse, die ich daraus ziehen konnte, sehr, sehr gerne mit dir teilen, weil ich das Buch wirklich großartig finde. Und im Englischen spricht man ja von Spiritual Struggles. Ich habe das jetzt mit spiritueller Krise übersetzt. Manchmal wird auch von Spiritual Warfare gesprochen, gerade eben in christlichen Kreisen oder einfach christliche Quellen, die ich gefunden habe zu diesem Thema, die ich gesehen habe, die ich gehört habe. Deswegen möchte ich gerne diese zwei Begriffe hier einbringen. Und eine spirituelle Krise ist eine Erfahrung von Spannung, Konflikt, Belastung, Anspannung in Bezug darauf, was Menschen als heilig oder geheiligt, im Englischen sagt man sacred, erachten. Es ist meine eigene Übersetzung von dem, was in dem Buch drin steht. Also allgemein alles, was ich auf Deutsch präsentiere, ist meine eigene Übersetzung. Also es ist eine Erfahrung, eine Situation, die mit Konfliktbelastung einhergeht, in Bezug auf etwas, was einem heilig ist, was einem als geheiligt erscheint, als sacred erscheint. Und das kann sich ja auf viele verschiedene Bereiche beziehen. Das Buch ist jetzt auch nicht, also das ist interreligiös und bezieht sich nicht auf eine bestimmte Religion. Es schließt da wirklich ganz viele Glaubensrichtungen und Glaubensmodalitäten mit ein. Für mich aus meiner Perspektive bezieht sich das auf einen christlichen Gott. Gleichzeitig sind diese Themen, diese Inhalte, die ich hier präsentiere, wie ich finde, interreligiös einzusetzen oder anwendbar oder gültig. Und eine spirituelle Krise kann stattfinden im Bereich des Übernatürlichen, des Interpersönlichen oder des Intrapersönlichen, was auch als intrapsychisch benannt werden kann. Und dieses Übernatürliche, also im Englischen nennt man das Supernatural, das bezieht sich auf Gott, auf Götter, auf Dämonen oder andere übernatürliche Entitäten. Also da siehst du schon, wie weit das letztlich gefasst ist. Und dann gibt es das Interpersönliche, also dann bezieht sich diese Krise auf die Beziehung von einzelnen Personen, von Familien, Gruppen, Organisationen oder Institutionen, also eben die Beziehung zwischen Menschen in verschiedenen Kontexten. Oder sie kann im Bereich des Intrapersönlichen stattfinden, also bezogen auf die eigenen Überzeugungen, Werte, Gefühle und Vorgehensweisen im Leben. Dann will ich gerne weitergehen zu den sechs Arten von spirituellen Krisen. Das fand ich besonders erkenntnisreich, das in dem Buch zu lesen, denn ich konnte mich in einigen der Themen, der genannten Themen wiedererkennen. Irgendwie hatte das auch so etwas Beruhigendes, sich darin zu erkennen oder erkannt zu fühlen, beziehungsweise dass das so aufgearbeitet wurde, unterteilt wurde und einem gewissen Referenzpunkt oder Anhaltspunkt gibt. Ah, okay, was kenne ich denn aus meiner Vergangenheit? Was erlebe ich gerade eben aktuell? Was kenne ich vielleicht gar nicht? Ah, was beschäftigt vielleicht andere Menschen, um auch andere Menschen in diesen Situationen, wie in meinem Fall, begleiten zu können? Das kann ja dann ganz anders aussehen, sich ganz anders ausgestalten und da ist dieses Wissen super hilfreich. Aber auch sonst, wenn es eben in deinem Freundinnenkreis oder in deiner Familie oder auch ArbeitskollegInnen, mit denen du vielleicht eng oder vertraut bist, darauf kommt, zu sprechen kommend oder auch im religiösen Kontext in deiner Gemeinde, wenn du in einer bist, dass es da auch um solche Themen gehen kann und dieses Wissen da sehr hilfreich sein kann. Dann will ich sehr gerne jetzt die sechs Arten von spirituellen Krisen mit dir teilen. Als erstes wird im Buch genannt Divine Struggles. Ich habe das jetzt übersetzt mit göttliche Kämpfe, also Struggles übersetze ich jetzt hier mit Kämpfe. Und diese göttlichen Kämpfe, das bezieht sich auf Wut oder Enttäuschtsein von Gott und dem Gefühl von Gott bestraft, verlassen oder ungeliebt zu sein. Das ist eine Art. Dann die zweite ist Demonic Struggles, also dämonische Kämpfe. Das bezieht sich auf Sorgen, dass die eigenen Probleme von dämonischen Kräften oder dem Teufel verursacht werden oder wurden. Auch ein Gefühl vom Teufel angegriffen oder gequält zu werden. Als drittes Interpersonal Spiritual Struggles, also interpersönliche Kämpfe. Das meint Konflikte mit anderen Menschen oder Institutionen über heilige, geheiligte, religiöse, Inhalte und Themen, Wut auf Organisationen, ein Gefühl verletzt worden zu sein, schlecht behandelt oder, ja schlecht behandelt worden zu sein oder beleidigt sein in Bezug auf Religion und spirituelle Inhalte. Als viertes Struggles with Doubt, also Kämpfe mit Zweifel. Die sind gezeichnet von einem Gefühl von Durcheinandersein oder Verwirrtsein bezüglich auf religiöse und spirituelle Überzeugungen. Aufgewühlt sein von Zweifeln und Fragen bezüglich von Religion, der eigenen Religion, Religion allgemein oder Spiritualität. Dann als fünftes Moral Struggles, also moralische Kämpfe. Das meint Spannungsgefühle, Schuldgefühle bezogen darauf, die eigenen moralischen Standards nicht erreichen oder einhalten zu können und das Ringen mit moralischen Prinzipien und diese einzuhalten oder einhalten zu können. Dann als sechstes und letztes Struggles of Ultimate Meaning, also Kämpfe mit der grundsätzlichen Bedeutung menschlichen Lebens, habe ich das jetzt einfach mal übersetzt. Und das sind eben Fragen, ob das eigene Leben eine tiefere Bedeutung hat oder ob es wirklich zählt, das eigene Leben. Und da kannst du jetzt ja für dich und wahrscheinlich hast du das auch schon für dich reflektieren, welche Arten hast du vielleicht selbst schon erlebt oder hast du in deinem Umfeld erlebt, bei anderen Menschen erlebt, gesehen. Das ist natürlich jetzt in dieser Art und Weise, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Einladung und Anhaltspunkte, darüber nachzudenken. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe es mir auch aufgeschrieben, welche Arten von spirituellen Krisen kenne ich denn? Und das war wirklich sehr hilfreich für mich, das so ein bisschen auseinander dividieren zu können, klarer erkennen zu können, also eine gewisse Klarheit und Ordnung in dieses Chaos, Gefühlschaos, mentale Chaos hineinzubringen, das ich gerade eben erlebe. Also ich kenne auf jeden Fall Divine Struggle, also göttliche Kämpfe, Wut oder enttäuscht sein von Gott, dem Gefühl von Gott verlassen oder ungeliebt zu sein. Das kenne ich auf jeden Fall. Dann Struggles without, also Kämpfe mit Zweifel und dass es da sich darauf bezieht, auf religiöse oder spirituelle Überzeugungen oder Fragen bezüglich von Religion oder religiöser Lehre. Das war für mich zum Beispiel und ist es auch bis heute die Erbsünde. Das ist ein Konzept, das weiß ich nicht, da habe ich einfach Zweifel. Da habe ich ganz viele Fragen. Das wühlt mich auf. Das ist wirklich ein Thema, das ich noch nicht vollkommen durchdrungen habe, wenn das möglich ist. Ich will das hier einfach mal als Beispiel mit reingeben. Und was ich auch sehr, sehr gut kenne, Struggles of Ultimate Meaning, also ob mein Leben Bedeutung hat, ob mein Leben wichtig ist. Das kenne ich sehr, sehr gut. Aber das habe ich auch schon in vielen anderen Kontexten schon erwähnt. Und die meisten wissen ja auch, welche Konsequenzen das für mich hatte, wie sich das ausgewirkt hat. Und das ist natürlich schon etwas von großer Bedeutung für das eigene Leben. Hier noch ein Einschub aus der Postproduktion. Nachdem ich es jetzt hier anhöre, was ich aufgesprochen habe und bearbeite, ist vielleicht nicht ganz klar geworden, bei den sechs Arten von spirituellen Krisen, welche ich persönlich kenne. Die letzten Jahre ging es für mich ausschließlich um göttliche Kämpfe, also Wut auf Gott oder täuscht sein von Gott, das Gefühl von Gott verlassen worden zu sein. Vor allem dazu findest du auch einen sehr, wie ich finde, bewegenden und emotionalen Blogartikel in tosenden Gewässern den Kopf über Wasser halten. Über eine spirituelle Krise, die ich vor einem Jahr, anderthalb Jahren erlebt habe. Und die beiden anderen, Struggle with Doubts, ist jetzt eigentlich für mich zumindest in den letzten Jahren nicht so relevant gewesen. Ich bin ja auch noch gar nicht so lang gläubig, erst seit meinem 35. Lebensjahr. Also von dem her habe ich jetzt auch keine Geschichte über, was weiß ich, 20, 30 Jahre, auf die ich zurückblicke. Gleichzeitig kenne ich dieses Phänomen. Und was mir sehr wichtig ist, Struggles of Ultimate Meaning, das bezieht sich auf meine frühen 20er, naja, beziehungsweise meine ganzen 20er. Und das kenne ich jetzt nicht mehr. Das will ich auf jeden Fall mit dazugeben. Ich weiß jetzt tief in mir drin und ich habe die feste Überzeugung für mich entwickeln können, sage ich jetzt einfach mal so, dass mein Leben von Bedeutung ist. Und damit ringe ich nicht in solchen Krisen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal mit reingeben, weil ich glaube, das ist bei meiner ersten Formulierung nicht ganz klar geworden. Insgesamt sind diese sechs Arten von spirituellen Krisen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, von großer Bedeutung für das eigene Leben, wenn ein Mensch das erfährt, sich in einer solchen Krise befindet. Also das wirft natürlich schon viele große und gewichtige Fragen auf. Und ich kann nur für mich sprechen, aber das kann wirklich eine sehr, sehr große Qual sein. Also ich finde kein anderes Wort. Also eine Qual, doch, das muss man schon so, oder möchte ich so sagen an dieser Stelle. Weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich mich darüber ausgetauscht habe, über das Thema spirituelle Krise, wie ich am Anfang auch gesagt habe, manche Menschen konnten damit auch gar nichts anfangen. Was soll das sein? Habe ich noch nie gehört. Aha. Und dass vielleicht auch die Dimension des Ganzen sich für manche Menschen nicht erschließt oder nicht so verständlich ist. Vielleicht auch, wenn sie keinen so großen oder keinen spirituellen Bezug haben zu etwas Übergeordnetem, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen abgetan wird oder ja vielleicht auch belächelt wird. Ja, ist das denn echt und ist das wirklich ein Thema etc.? Und ich kann schon sagen, dass das ein wirkliches und echtes Thema ist. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn du dir diese Episode anhörst, dass du das vielleicht selbst schon erlebt hast, dass du selbst damit vertraut bist oder eben auch Menschen gesehen hast, erlebt hast in deinem näheren Umfeld oder die dir einfach lieb und wichtig sind, die sich in einer solchen Krise schon befunden haben. Wenn wir dann weitergehen, möchte ich gerne einen Rahmen, eine Struktur anbieten, um spirituelle Krisen besser verstehen zu können, auch aus dem Buch. Und das ist wie so ein Ablaufdiagramm, nennt man das so? Also, ich habe das mal schnell gegoogelt, Flussdiagramm, wird in dem Buch wie ein Flussdiagramm dargestellt mit einzelnen Schritten, die aufeinander folgen. Und ich finde das ganz interessant und hilfreich und möchte das gerne an dieser Stelle teilen. Und als erstes geht es los mit dem eigenen Orientierungssystem, durch das ein Mensch auf die Welt und das Leben blickt. Was ist ein Orientierungssystem? Das meint allgemeine Glaubenssätze über das Leben, über die Welt, die eigenen Einstellungen, Gewohnheiten, Erfahrungen, Copying Skills, Persönlichkeitseigenschaften. All das zählt rein in dieses Orientierungssystem, durch das ein Mensch blickt auf die Welt, auf das Leben und sich in gewisser Weise orientiert. Und das ist einfach die Brille, die dieser Mensch aufhat. Dann als zweites kommt es zu einem Ereignis, etwas passiert. Ich habe jetzt mal als Beispiel genommen, zum Beispiel eine Krankheitsdiagnose. Vielleicht für den Menschen selber oder für einen Menschen im Umfeld. Und dieses Ereignis, in diesem Fall die Krankheitsdiagnose, kann zu einer spirituellen Krise führen. Und diese Krise, die führt zu Bedrängnis, zu empfundener Not oder Qual. Kann auch zu Verwirrung oder Unorientiertheit führen. Im englischen Original wird hier von Distress and Disorientation gesprochen. Und das zu durchleben, beziehungsweise zu durchstehen, kann zu zweierlei, ich sage jetzt mal, Ergebnissen führen. Oder kann zwei unterschiedliche Routen oder Wege nehmen. Und zwar einmal den Weg zur Ganzheit und zum Wachstum. Im Englischen heißt es hier Wholeness and Growth. Oder es kann den Weg nehmen, die Entwicklung kann den Weg nehmen zu Gebrochenheit oder Niedergang. Brokenness and Decline. Also das können mögliche Outcomes sein, mögliche Ergebnisse dieser spirituellen Krise. Und ganz am Ende dieses Rahmens, dieser Struktur steht die Bedeutung und Wichtigkeit der Erlebnisse und Erfahrungen. Also die Bedeutung, die dem Ganzen, was erlebt wurde, beigemessen wird. Und dass es überhaupt eine Bedeutung hat. Das kann ja jeder Mensch für sich unterschiedlich einschätzen. Und das fand ich ganz interessant, diesen Ablauf, der dort beschrieben wird. Also vom Orientierungssystem zu einem Lebensereignis, einem Lebenseinschnitt. Und was zu einer spirituellen Krise führen kann, die dann zu Distress and Disorientation führen kann. Und dann eben zweierlei Routen nehmen kann oder zweierlei Entwicklungswege. Und ganz am Schluss die Bedeutung, die dem Ganzen dann beigemessen wird. Also so habe ich das verstanden. Wenn du es wirklich selber nochmal prüfen möchtest, empfehle ich dir sehr, dir das Buch zu holen oder auszuleihen. Ich habe es mir aus der Unibibliothek ausgeliehen. So habe ich das verstanden und möchte das gerne so wiedergeben. Aber es schließt sich nicht so leicht in dem Text. Von dem her siehe es mir nach, wenn ich nicht alles wirklich eins zu eins wie von den Autorinnen vorgesehen wiedergebe. Was ich jetzt zum Abschluss der Episode sehr gerne mit dir teilen möchte, sind Reflexionsfragen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich biete keine Lösungs- oder Handlungsimpulse. Gleichzeitig möchte ich wirklich gerne etwas Konkretes mitgeben. Vor allem, wenn du dich gerade eben in einer solchen Phase oder Krise befindest, kann das wirklich sehr hilfreich sein, dich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Wenn du die Kapazitäten dazu hast, ich weiß, dass solche Krisen so oder so immer große, also zumindest für mich große Fragen aufwerfen und mit sehr vielen Emotionen einhergehen, die es ja zu halten gilt, zu verarbeiten gilt, damit zu sitzen gilt. Also das kann ja auch schon sehr viel Energie in Anspruch nehmen, sehr viele Kapazitäten in Anspruch nehmen. Du entscheidest das für dich, ob du dich damit beschäftigen möchtest. Ich werde die Fragen vorlesen. Du kannst dir wie immer erst einmal alle nacheinander anhören, gucken, wo zieht es mich hin. Oder du pausierst nach jeder Frage und gehst so die Fragen Schritt für Schritt durch. Die Fragen habe ich gefunden im Kapitel, wie spirituelle Krisen in der Psychotherapie untersucht werden können. Und das fand ich sehr interessant, was da stand, insbesondere die Fragen, die ich jetzt mit dir teile. Die erste Frage. Was sind die tiefsten bzw. bedeutungsvollsten Fragen, die diese Situation für dich hervorgebracht hat? Zweitens. Was verursacht für dich die größte Qual oder das größte Leiden? Drittens. Wie hat dich diese Erfahrung auf einer tiefen oder tieferen Ebene verändert bzw. beeinflusst? Viertens. Was hast du über dich herausgefunden, was du beunruhigend oder aufwühlend findest? Fünftens. Inwiefern hat diese Situation deinen Glauben erschüttert? Sechstens. Was hat dich diese Erfahrung gelehrt, was du wünschtest, nie erfahren zu haben? Siebtens. Was würdest du in deinem Leben gerne fähig sein, loszulassen? Das sind die sieben Reflexionsfragen, die ich gerne mit dir teilen will. Und zum Abschluss möchte ich noch etwas teilen. Ich habe das Buch jetzt gelesen. Ich habe verschiedene Bücher dazu gelesen. Ich verlinke dir, wie gesagt, eine Buchliste mit, wie ich finde, unterstützenden und hilfreichen Titeln, wenn du dich in einer spirituellen Krise befindest. Und was ich in diesen Büchern gelesen habe, das sind oftmals, wie ich finde, recht dramatische Beispiele. Und manchmal hatte ich dann das Gefühl aus meinem Leben, das wirklich privilegiert ist, in diesem Leben, wie ich es erfahre, dass ich sozusagen kein Recht hätte, darauf in dieser Krise zu sein oder das so zu empfinden oder mit diesen Beispielen, ah, oh, anderen Menschen, guck mal, die haben das und das erlebt und diesen Schicksalsschlag und das ist dann noch passiert und dann nochmal ein obendrauf. Ja, da verstehe ich das. Das löst dann eine spirituelle Krise aus. Aber für dich gilt das dann nicht oder ist das unangemessen oder einfach übertrieben. Und da möchte ich dir gerne mitgeben, wenn du ähnliche Gedanken hast, dass die Situation, wenn du es so empfindest und du das so einordnest, dass das in Ordnung ist, dass es okay ist, dass du es so empfindest. Und ich hatte das in meiner Podcast-Folge auch zum Thema Vergleichen schon gesagt. Ich finde so diese Vergleiche, wem geht es schlechter, wem geht es am schlechtesten, damit ist keinem geholfen aus meiner Perspektive. Und auch in so einer Krise möchte ich immer auch schauen, je nachdem, was meine Ressourcen und Kapazitäten hergeben, was kann ich daraus lernen, was wird mir hier gerade eben gezeigt. Auch wenn mich diese Fragen manchmal wirklich sehr, sehr wütend machen in diesen Situationen. Gleichzeitig gibt es immer wieder diese Stimme, diesen Anteil in mir, der sagt, okay Miriam, versuch da hin zu gucken. Guck doch mal, was könntest du jetzt für dich mitnehmen, was zeigt sich gerade eben für dich. Und dann versuche ich dem so gut es geht nachzugehen. Und dass ich mich löse davon, ich darf das nicht haben oder mir geht es nicht schlecht genug oder anderen geht es schlechter, weil ich empfinde ja in dieser Situation so. Und die Emotionen sind jetzt da, diese Fragen sind jetzt da, gewisse Ereignisse in meinem Leben, die mich jetzt dahin geführt haben, wo ich jetzt bin oder einfach Ereignisse, die kürzlich passiert sind, die das eventuell oder die als auslösende Ereignisse gesehen werden können, dann ist das ja legitim und dann ist das gültig. Und da möchte ich dich auch ermutigen, dich wirklich so gut es geht, den Prozess hinzugeben, ja, da deinen Weg durchzugehen, dass du dich davon löst, von diesem A oder versuchst zu lösen, ich darf das nicht haben, mir geht es nicht schlecht genug. Das wollte ich auf jeden Fall noch gerne mitgeben, weil das für mich eine besondere Bedeutung hatte. Und für mich ist dann einfacher wurde, diesen Weg zu gehen, als ich mir dann die Erlaubnis gegeben habe, das darf jetzt so sein. Und das ist okay so, dass ich jetzt so fühle und so empfinde. Es wird ja ganz oft auch gesagt, dass gerade eben vor jeder Veränderung, vor jeder Transformation steht als erstes die Akzeptanz dessen, was ist. Ich weiß auch, das ist manchmal so ein flotter Spruch. Und ich hatte jetzt auch so die letzten Wochen auch wirklich, wo mir diese, ich habe es so formuliert, die ganzen frohen Spiris-Sprüche wirklich sehr zum Hals herausgehangen sind. Also ich kann das sehr verstehen, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mir das nicht mehr anhören, das ist alles vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig bin ich noch immer nach jeder Krise zu dem Schluss gekommen, dass es doch dann tatsächlich auch wirklich so ist. Deswegen möchte ich das jetzt auf jeden Fall gerne noch mal mitgeben und teilen mit dir. Genau. Das war es jetzt für diese Episode zum Thema spirituelle Krise. Ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst. und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute.